Ja Lena, herzlichen Glückwunsch. Neue deutsche Meisterin im Triathlon, das als Juniorin. Ich denke, der Tag heute hat sich für dich schon mal sehr gelohnt. Ja, es ist absolut unglaublich. Ich kann es noch gar nicht realisieren und ich glaube, das kommt erst mit der Zeit, aber es ist echt ein super unbeschreibliches Gefühl. Der Rennverlauf, untypisch für ein Bundesliga-Rennen ein bisschen, dass so eine kleine Gruppe weggeht, der hat dir dann natürlich auch ein bisschen in die Karten gespielt. Ja, es war wirklich toll, dass so eine Gruppe endlich mal vorne weggegangen ist und ich hatte wirklich zu kämpfen, da erst mal reinzukommen und dann haben die Mädels aus der WTS und aus den ganzen internationalen Rennen echt einen super Job gemacht und für uns, für Annabelle und mich war es echt ein Kampf, dran zu bleiben. Danke an die anderen Mädels und ja, das haben wir, glaube ich, gut zusammen geschafft. Team Result ist auch ziemlich gut gewesen, das heißt, also Lemko kann heute feiern. Ja, Lemko kann heute definitiv feiern. Ich glaube, wir sind alle ziemlich happy mit dem Rennen und ja, ich glaube, wir werden einen schönen Nachmittag noch haben. Vielen Dank. Danke.